Wir sind zurück in Berlin und haben hier immer noch das Fass stehen und ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ähm, ja gut, weil mit der Polizei kann ich da scheinbar nichts machen. Daher werde ich den, ja, weiß ich nicht, was hole ich denn da? Keine Ahnung. Wir kümmern uns erstmal um den Baum auf Straße hier. Der behindert schließlich den Verkehr und das muss ja nicht sein. Einmal Kettensäge bitte. Kannst wohl mal ein Stück dicht daran fahren. Absitzen. Wir verleiten mal den Verkehr von da nach der, nach der, nach der. Umleitung ist aktiv. Somit wird er schön umgeleitet. Sehr schön. Und du zersägst jetzt einmal bitte schnell den Baum. Danke. Ja, wie kriege ich das Fass jetzt da weg? Ich hasse es jetzt nicht. Ja, hm. Gute Frage. Wir könnten natürlich jetzt nochmal den Dekompé holen, ob wir damit irgendwas machen können. Weil, ja, ich hätte ja gedacht, dass wir den jetzt abschleppen können oder so, aber wer weiß. Ich hole mal nochmal den Dekompé und den ABC-Erkunde. Oh, abbrechen. Ja, Anton, abbrechen ist immer gut. Dekompé und ABC-Erkunde. Weil ich wüsste jetzt nicht, womit ich das sonst wegkriegen würde. Ich gucke einfach mal. Wir testen es. Baum auf Straße ist abgeschlossen. Sehr schön. Schick schön, schick schön. So, aufsitzen. Ihr könnt auch wieder aufsitzen. Ihr meldet euch frei auf Funk und ihr fahrt zurück zur Wache. Frei auf Funk. Frei auf Funk. Frei auf Funk. Sehr schön. Dann ist jetzt die Frage, wie kriege ich das doofe Fass da weg? Können wir eigentlich hier noch einen mehr alarmieren? Ja, der kann dann von hier oben gleich starten. Hier, sonstige und nächste E-A-W. Ne, den Gruppen-W. Na gut, denn nicht. Abbrechen. Und dann Feuerstaffel 1. Was haben wir denn hier? Ein Gebüschbrand. So. Machen wir mal hier das... Obwohl TLF... TLF sollte reichen. Mal sehen. Kann man nachalarmieren. Ja, 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 ja. Hier ist doch noch ein E-A-W. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Ich kann die hier mir so schlecht auseinanderhalten. So. Ah, das müsste eigentlich reichen mit dem TLF. Wenn die Autos... Person in Notlage. Ja, unter Baum. Sehr gut, dass wir das gemacht haben. So, einmal bitte den RTB und das LHF. Obwohl, da könnten wir eigentlich auch... Können wir auch mal das so. Drehleiter hier hinfahren. Und das LHF zur Unterstützung... Einmal nach hier oben fahren lassen. Habe ich das jetzt hier nicht alarmiert? Oh, ich bin so doof. So, das, das. Alarm. Und hier oben hätte ich gerne einmal... Das. Alarm. Habe ich auf Abbrechen vorne gedrückt, oder was? Der LHF kommt. Der Fall hat sich jetzt ja doch schon ganz schön ausgebreitet, ne? Wo ist es denn? Da kommt das. So, das kann sich hier oben hinstellen und da einmal den Verkehr blockieren. Das coole ist ja, der fängt sofort an zu löschen. Mach da bitte. So. Absitzen. Weil da reicht natürlich jetzt auch die Drehleiter, weil wir brauchen ja bloß einen, der das hier... Ich trage das mal nach da hinten. So, beiseite zieht. Das war es ja auch schon. Ja, guck mal. Jetzt ist nämlich der erste schon umgefallen. Geil. Mach mal ein bisschen dichter. Ihr seid auch voll Pfosten. Wieso geht ihr da nicht weiter weg, ihr Spaten? Manchmal sind Passanten wirklich dämlich. In diesem Fall besonders. Absitzen. So. Maschinist, weg da. Du. Du. Ja, was seid ihr denn auch so bescheuert und geht da dicht ran? Oh, Leute. Manchmal könnte ich mich aufregen. Weg damit. Weg damit. So, starte mal deine Pumpe. Aber der erste liegt ja da jetzt schon. Wie doof ist denn das? Und die stellen sich da immer wieder hin. Wie dämlich ist denn das bitte? Hallo? Ich weiß, dass ihr jetzt Husten habt. Aber ist doch egal. Guck mal, die gehen da immer wieder hin. Wie dumm ist denn das? Leute, wie dumm seid ihr. Du steigst mal ein, fährst mal noch ein Stück dichter. Und du hast hier noch einen Schlauch. Wie dämlich ist denn das bitte? Guck mal, die stellen sich an. Ach nee, guck mal, jetzt gehen sie vorbei. Ah, wie kommt das denn? Nein. Verteiler setzen bitte. Ihr beide auch einen Schlauch und schon mal PA aufsetzen. Tja, ich würde sagen, sie ist selbst schuld. Wie seht ihr das? Ist sie selbst schuld oder bin ich schuld? Ich bin ja dafür, dass sie selbst schuld ist. Weil, was kann ich dafür, dass sie so doof ist und sich da hinstellt, ne? So, du willst Wasser. Der ist versorgt. Wie geht's dem? Auch dem geht's gut. Den können wir gleich abschleppen. Äh, abschleppen. Äh, abholen. Aber ich brauche hier noch einen Rettungswagen. Bitte. Einmal einen RTW. Danke. So, du willst den Rettungsrucksack. Ach, ja. Und versorgt sie mal bitte. Gut. Dann könnt ihr beide auch mal wieder da raufsetzen und holt sie mal eine Trage. So, das TLF muss wieder voll gemacht werden. Ne? Hier sehen wir ja den, unseren Wasserstand. Haben wir halb leer gemacht. Minus. PA kannst du abnehmen. Minus. PA kannst du abnehmen. Sehr schön. Du machst das. Du legst ab und den nimmst du bitte. das Ding hoch. Genau, sehr schön. Und dann könnt ihr allesamt. Ups. Bis auf. Bis auf du. Einsteigen. So, wie sieht's aus? So, noch nicht ganz voll. Dein Wasser Tank ist voll. Na ja. Sehr schön. So. Rettungswagen ist auch gleich da. Oh, dann geht's gut. Dann können wir direkt einladen und abtransportieren. So, wie sieht's aus? Noch nicht voll oder was? Doch. Füllt sich langsam. Nach dort. Absitzen. Ja. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. So. Ruff da. Und dann passt er schon. Das Gute ist ja, die sind ja auch alle ausgebildete Notfallsanitäter in der Theorie. Und. Ja, reicht. Dann braucht er Rettungswagen bloß noch kommen. Einladen und ab dafür. Zack. So, TLF. Bist du voll? Immer noch nicht. Geht das schneller, wenn ich die Pumpe anmache? Pumpe wird deaktiviert. Wenn ich noch mal wieder die Pumpe an. Danke. So. Da rein. Da rein. Da rein. Wollen wir das Blut noch weglöschen, Leute? Nö. Nö. Lass mal. Die sollen sehen, dass da Kampfspuren und so. So. Tja. Ja, macht trotzdem mit Blaul. Quid. Ich würde gerne... Ach, ist angekommen. Sehr schön. Kann ich das irgendwo hinschieben? Ja, ich kann das durch die Gegend schieben. Aber wo soll ich das hinbringen? Ist jetzt die Frage. Was soll ich das einladen? Kann ich auch nicht. Wo soll ich das denn hinpacken? Ein Kran durch die Gegend kranen. Eben wie LRF. Clef. Ich könnte aber mal ein Clef holen. Dann kann ich es da einladen. Aber sonst? Wo soll ich das einpacken? Wasserrettung. Guck mal, ich hole den Krimiwagen mal. Vielleicht können die ja was machen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, bist du voll? Bist du voll? Und das in die Uhrzeit? Ja, 4000 Liter. Hing aus. Pumpe deaktivieren. Den steigt die beide bitte mal ein. Oh, dann geht's los. Zack. Brennt Pkw. Wo brennt der denn? Da hinten. Könnten wir ja eigentlich mal das TLF durchschicken. Tatütata. Aber wir schicken hier trotzdem mal. Ich denke mal, dass das TLF zuerst da sein wird. Denn aus der 12. Das LHF kommt auch. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen länger brauchen. Und dann hätte ich gerne noch einen Streifenwagen. Alarm. Kommt der, ne? Dreh doch anstatt dass er hier langfährt. Feuer, zwei Staffeln. Wo denn? Hä? Feuer, zwei Staffeln? Ich sehe den bestimmungsort nicht. Hä? Feuer, zwei Staffeln? Ich sehe den Ort nicht. Na gut, jetzt brennt das hier irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Nur dass auf der Karte nicht angezeigt wird. Nice. Cool. Ja, sag ich doch, das TLF. Ist... Ist hier irgendwo Qualm gesehen? Nö. Ja, falls ihr es irgendwo brennen seht, schreibt es in die Kommentare. Pfff. Fangen wir dran vorbei. Sag ich doch, dass wir hier zuerst da sind. Verkehr umleiten. Von hier nach hier. Nach hier. Nach hier. Und dann so. Und du stellst dich mal einmal bitte in die Seitenstraße rein. In die Seitenstraße. In die Seitenstraße. In die Seitenstraße. Sehr schön. Gut, lass doch mal dein Blauli stören. Hä? Habe ich jetzt aus der 11 geholt und nicht aus der 12? Ah, ich habe aus der 11 geholt. Ah, sorry. Ich wollte eigentlich das aus der 12 haben. Aber egal. Ach, Mann. Ja, toll. Was mache ich das? Kann ich das hier einladen? Könnt ihr das einladen oder so? Könnt ihr das irgendwie kaputt machen? Ich weiß nicht, wohin damit. Ja, du kannst wieder abrücken. Wir können wieder einsteigen. Du holst mal bitte noch einmal schnell da hinten. Abschleppfahrzeug verständigt. Und dich machen wir nochmal voll, denn du hast bestimmt schon wieder kein Wasser. Naja, 400 Liter. Ähm. Stopp. Schlauch. Und du feststreifen. Kannst schon mal deine Pumpe starten, ne? Pimpchen, Pimpchen, Pimpchen. Aber ich glaube nicht, dass die da irgendwas machen können. Ach ja, Leute. Falls einer eine Ahnung hat, wie ich das hier wegkriege, das Fass. Ja, die können auch nichts machen. Gut. Das hat sich dann erledigt. Ich lasse meine Kräfte jetzt hier wieder abrücken. Oh, keine Ahnung. Da rein. Gut. Ob noch aus. Naja, ja, ja. So. Abschleppwagen kommt. Hm, 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 hm. Ja, ich würde gern wissen, wohin das Feuert. Zwei Staffeln, das Volk hier brennt. Nichts. Nichts. Wir können ja halt sagen, mal die komplette Karte abfliegen. Aber ich werde hier, glaube ich, nichts finden. Das habe ich kaputt gemacht. Du. Ich werde hier kaputt gemacht. Und nun, und nun, was machen wir jetzt? So. Hier ist der Reichstag mit seiner schönen Kuppel. Oh, cool. Die haben das sogar so gemacht, dass man hier, da gibt es ja den Weg drin, wo man hochlaufen kann. Äh, äh, äh. Haben sie hier auch mit drin? Sehr detailreich. Sehr detailreich. Hier haben wir noch. Genau. Oh, ein bisschen was. So. Sehr gut. Minus, du müsstest voll sein. Ja, ja. Kann schon mal einsteigen. Ablegen. Und los geht's. Na. So. Und ab nach Haus. Gut. Machen wir ein bisschen. Äh, machen wir ein bisschen schneller. Aber wo brennt denn das? Ja, das Feuer zwei Staffeln. Äh, wahrscheinlich brennt mir gleich ganz Berlin ab. Weil ich das, äh, Feuer zwei Staffeln nicht habe. Nicht gesehen habe. Oder nicht angezeigt bekomme. Und das hier ist ja der Zeit, Dings, für die Tonne. Für den Terroranschlag vorhin. Wie ich die wegkriege. Hm, frag mich nicht. Frag mich nicht. Ich kann ja den Kran holen. Weil ein Abschleppfahrzeug kann ich mir ja auch nicht holen. Und die kann ich mir ja so gar nicht alarmieren, ne? Ein Feuerwerkran. WLF. Sonstige hier. Kann ich mir ja nur über die Polizei holen, den Abschleppfahrtwagen. Und das kann die Polizei ja nicht. Weil das hier sind ja normale Polizisten. Schlägerei. Hallo, du da. Wo denn? Da. Äh, so, bitte mit blau. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Schläger, ne? So, absitzen. Ich nehme beide mit. Voll, die waren beide daran beteiligt und ich kann das gerade nicht nachweisen, wer hier angefangen hat und wer nicht. Daher nehme ich beide mit zur Befragung. Ganz einfach. So, schick schön. Ab nach Haus. Ja, das war doch einfach. Schöne Schlägerei. Gut, dass wir gerade in der Nähe waren. Könnte ich hier eigentlich mal... Wenn ich hierhin alarmieren, ne? Müsste er mir doch hier, wenn ich hier auf nächste EHV drücke, genau den blauen alarmieren oder nicht? Weil es ja direkt der, der am dichtesten ist. Jo. Macht er auch, macht er auch. So, direkt freier Funk. Ich glaube, die beiden fahren sich hier so halbwegs hinterher, ne? Aber macht ja nix. Mal sehen. Gucken wir uns gleich mal an. So. Ein Falschfahrer! Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Na gut. Mhm. Ja. Ich würde sagen... Die Wasserleiche. Mhm. Das heißt, ich brauche die Tauchergruppe. Ich brauche Rettungswagen. Ja, Wasserleiche. Mhm. Ja. So. Mhm. RTW hole ich trotzdem und LHF. Ich will mich erstmal umgewöhnen von HLF auf LHF. LHF. Ähm. Dennoch das NEF. Wasserrettung. Streifenwagen. Krimiwagen. Alarmieren. So. Tididim. Das TLF ist gerade wieder rein. Und der geht wieder raus. Oder ist das TLF überhaupt schon drin? Ne. Ja, doch. Ist drin. Was kommt hier? Ne. Die fahren sich doch nicht hinterher. Guck. Oh. An wem liegt es? An dem da, ne? Ähm. Ähm. Steht mal... Ach, da steht mal ein Polizeiauto. Absitz hin. Ich leite den einfach mal um. Verkehr umleiten. Von hier. Nach dort. So. Reicht schon. Reicht schon. Reicht schon. Hör bloß auf. Reißverschlussprinzip. Wisst ihr nicht wie das geht? Aber ist ja cool. Oh, jetzt steht der wieder so. Hm. Na komm, wir schaffen das. Einfach abschleppen da vorne. Ähm. Verkehr anhalten. Ich bin unterwegs. Ich hab nichts gebracht. Verkehr umleiten. Von hier. Nach hier. Sehr schön. Reicht schon. Reicht schon. Reicht schon. Danke. So. Ich glaub, jetzt sollte es gehen. Theoretisch. Ich hoffe. So. Die Wasserleiche. Abbrechen. Ja. Ohne den, ähm. Ohne die Wasserrettung können wir hier eh noch nicht viel machen. Hm. Mal sehen. Was kommt da? Das ist NEF. So. Ja, toll. Jetzt stehen die beiden sich da gegenüber. Oh, Leute. Was macht die mit mir? Ja. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Hälfte. Mitte. Verkehr leiten. Du. Von da nach da. Dankeschön. So. Aufsitzen. Gut. Sehr schön. Kurz mal Verkehrslage gemacht. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hau rein. Bis dahin. Und, ja. Bis nächste Woche Donnerstag, ne. Mit ERS Berlin. Ansonsten, bis die Tage, bis, äh, ja, eine andere Folge wiederkommt, ne. Guti. Hau rein. Und tschüss. 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 Tschüss.